B1-Zertifikat Bausteine Setzen Sie ein. Was bedeutet das Wort? Das weiß ich nicht. Ich bin nicht davon überzeugt. Der Plan ist uns nicht gelungen, damit habe ich nicht gerechnet. Was bedeutet das Wort? Das weiß ich nicht. Ich bin nicht davon überzeugt. Der Plan ist uns nicht gelungen, damit habe ich nicht gerechnet. Sie arbeiten jeden Abend. Sie arbeiten abends. Ich war pünktlich, du bist zu spät. Früher war alles besser, heute ist alles schlecht. Sie arbeiten jeden Abend. Sie arbeiten abends. Ich war pünktlich, du bist zu spät. Früher war alles besser, heute ist alles schlecht. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Am Anfang kannte ich niemanden, jetzt kenne ich fast alle. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Am Anfang kannte ich niemanden, jetzt kenne ich fast alle. Zuerst war er begeistert, später weniger. Früher war das üblich. Heute macht man es dagegen anders. Zuerst war er begeistert, später weniger. Früher war das üblich. Heute macht man es dagegen anders. Zuerst war er begeistert, später weniger. Zuerst war er begeistert, später weniger. Dazu macht man es dagegen. Heute macht man es dagegen. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Wir machen es dagegen. Ich habe meine zweiteiste, stirrelen, in diesem Auto gekauft, bin ich, es ist dagegen. Es ist dagegen. Der Gewinner ist an dieimwege.